Helga Sasse war eine deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin. Leben! Ihre Schauspielausbildung absolvierte sie von 1961 bis 1964 an der Babelsberger Filmhochschule. Darauf hatte sie Engagements unter anderem in Brandenburg, Karl-Marx-Stadt und Berlin. Seit den 1960er Jahren steht sie vor der Kamera. Das Lustspiel Nelken in Aspik als Partnerin von Armin Müller-Stahl zählt zu ihren bekanntesten Einsätzen. Für die verstorbene Astrid Bliss übernahm Sasse die Synchronisation der von Roma-Mafia gespielten L.I.Z.C.R.U.Z. in N.I.P.T.A.K. Helga Sasse starb im Alter von 71 Jahren und wurde auf dem I. Französischen Friedhof in Berlin bestattet. Filmografie 1969 Minna von Barnhelm oder das Soldatenglück 1971 Des widerspenstigen Zähmung 1973 Der Staatsanwalt hat das Wort Unverhofftes Wiedersehen 1973 Das unsichtbare Visier Das Wasserschloss 1974 Polizeiruf 110 Das Inserat 1975 2011 Polizeiruf 110 Im Alter von 1974 Die Frauen der Warte 1976 Nelken in Aspik 1979 Polizeiruf 110 Heidemarie Göbel 1986 Schauspielereien Synchronisation 1972 zu 1973 Oh, diese Mieter 1979 Die Olsenbande ergibt sich nie 1980 Spielhaus 1981 Das Geheimnis der drei Orangen 1981 Die Olsenbande fliegt über alle Berge 1981 Die Olsenbande fliegt über die Planke 1983 Bahnhof für zwei 1993 Sneakers die Lautlosen 2004 Being Julia 2010 N.I.P. Tag Schönheit hat ihren Preis 2011 American Horror Story Die dunkle Seite in dir 2011 zu 12 True Blood 2007 zu 12 Chuck Hörspiele 1970 Günther Rücker Das Modell Regie Günther Rücker 1970 Autorenkollektiv Gespräche an einem langen Tag Regie Detlef Kurzweck 1970 Roland Neumann Winne Regie Manfred Toibert 1974 Günther Spranger Zur Fahndung ausgeschrieben Sabine Regie Albrecht Surkau 1991 Alexander Wolko Der Zauberer der Smaragdenstadt Regie Dieter Scharfenberg 1991 Alexander Wolko Urfin und seine Holzsoldaten Regie Dieter Scharfenberg 2010 zu 2014 Klaus P. Weigand Bibi Blocksberg Regie Jutta Buschenhagen Michael Schlümgen Klaus P. 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 Klaus P.